Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Uncharted 4, meine lieben Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, wir, das ist wohl mein Weg runter. Alter, wir sind hellseher, das erste Mal, dass wir hier an der Stelle sind und wir sind noch nie gestorben vorher. Nein, wir wussten genau, was der, oh lieber Gott. Oh, siehste? Und, äh, ja, jetzt kommen wir an eine Stelle, da müssen wir runterrutschen, glaube ich. Äh, und er sagt jetzt so, Weg runter, ja. Hm. Nächste ist, glaube ich, äh, oh mein Gott, komm schon. Äh, ja, oh Gott, komm schon. Alter, krass. Oh. Aber komm. Das war's, was die Frage war, wo müssen wir denn jetzt, äh, lang? Lalalalalalalalalala. Entschuldig, bitte. Jetzt, hier, lang. Nein. So, hoch hier. Okay. Da alle an. Aber wie kommen wir denn da hoch? Ey, ich seh hier echt wenig. Nein. Sag doch mal nicht. Ich seh hier mal. Ja, ich lass, äh, müssen wir hier tauchen eigentlich? Hier steht hier auch? Ja, na klar. Okay, wir haben Luft. hier ist ein quaken erforscht ich sehe nichts seht ihr was bei mir spiegelt sich auch noch mein bildschirm so ein bisschen weil die sonne gerade ich drin flattert wird fertig das ist die letzte mal gut wenn wir uns beeilen holen wir die anderen noch sam hat sich gerade unser verdammtes boot geschnappt er will zu avery schiff kommen lassen wir sind fertig wir sind fertig die meisten meiner männer sind tot und wer noch lebt ist abgehauen siehst du das da das ende ist buchstäblich in sicht dein wahnsinniger pirat hat die gesamte höhle vermied ich setze keinen fuß auf sein schiff nedin wenn du hier und jetzt abhaust war der tod all deiner männer alles was wir getan haben umsonst wir haben hier gold im wert von millionen das und lebendig zu sein reicht mir kein wunder dass dir die männer abhauen wie bitte wir stehen kurz davor geschichte zu schreiben und du gibst dich mit einem almosen zufrieden einem bruchteil von dem was auf dem schiff erwartet wenn er es lebend von diesem schiff hinunterschaft kann er es haben dann hat er sich verdient ganz im gegensatz zu dir jetzt hört zu wir können den ganzen tag lang hier stehen und uns beleidigen oder wir beenden das was mit söldnern ist das so nedin ihre lojalität ist käuflich und nicht verdient und jetzt komm entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier lass uns geschichte schreiben braves mädchen nach dir dann so Scheiße. Was für ein... Wo willst du denn hier raus? Willst du hier eigentlich raus? Ach, hier. Okay. Jetzt hier. Oh, ich würde es ja nicht sagen. Was für ein... Ich würde es ja nicht sagen. Das Ende eines Diebes. Kapitel 22. Dann würde ich mal sagen, wir schwimmen in Richtung Henry Averys Boot. Ja, damit haben wir einen Eingang. Würde ich fast behaupten. Ah, schau leid. Freunde, ich sehe gar nichts. Halt, warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz runter. Neugier, ne? Hier in der Ecke. Ich dachte, hier ist irgendwas. Wenn wir mal was sehen würden, ne? Oh. Der Schatz. Da ist der Schatz. Da ist der Schatz. Was ist das? Da ist der Schatz. Sam? 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 er ist da entspann dich erlebt dieser idiot hat uns fast alle umgebracht ich bringe jetzt raus nein tust du nicht du kannst den schatz haben okay dass mich nur mein bruder hätten nach allem was er getan hat wie edelmütig aber wenn wir hier warten sind wir alle tot willst du das habe ich nicht gesagt was meinst du nedin schön dass es dir wieder gut bist du so nett und nimmst nate die waffe ab ja damit sie echt sie können ihm trauen geht sie nichts an warum versuchst du sie aufzuhetzen nedin und ich sind partner und meine partner bescheiß ich nicht wir darüber aber du und dein bruder ihr habt meine großzügigkeit von anfang an ausgenutzt ihr wolltet mich ausboten und es wird zeit für eine lektion was machst du da jetzt gib du mir deine waffe nedin ich sag's nicht noch mal du benimmst dich gerade unglaublich dämlich sie mal darüber ich sagte sie hin okay da sind ein paar skelette na und ich weiß nicht so viel über geschichte wie ihr jungs aber ich kann mir gut vorstellen wer die beiden sind na dann klären sie auf sie haben sich gegenseitig umgebracht schön für sie was sagt uns das jeder der von diesem schatz besessen ist bekommt was er verdient was sie lassen uns einfach zum sterben zurück ich lass euch nur zurück ob ihr sterbt oder nicht ist mir egal nedin warte lebt wohl rein nedin nedin mach sofort diese verdammte tür auf rave sie ist weg komm hilf mir da kommen wir alle hier raus oh nein nein daraus wird nichts komm hilf mir mit sam dann helfe ich dir bei der tür nein ich werde mich an keiner dieser münzen erfreuen können solange ich weiß dass du und dein nutzloser bruder noch am leben seid okay komm komm wieder runter du kannst fechten üben wenn wir wieder draußen sind nate halt die klappe im ernst rave das ist irrsinn sogar für dich weißt du was irrsinn ist nathen drake lief mit einem verrückten und seiner armee um die wette zu den stufen von shambhala mk verdammt nathen drake entdeckte eine verlorene stadt in der ruf alkali wüste ach so kreis hätten wir drücken müssen ok scheiße schon wieder die falsche städte verflut komm schon wir können zusammen hier raus nathen drake fand das sagen umwobene eldorado nathen drake ist eine legende ich habe den mann erschossen der mir das gesagt hat komm schon ich verstehe dass du mich besonders magst aber du trotz deiner großartigkeit nate hast du nichts du bist nichts ich hatte dich gewarnt mir aus dem weg zu gehen ich habe alles geopfert um avery zu finden und das lasse ich mir nicht von zwei miesen dieben einem senilen trickbetrüger und einer gescheiterten journalistin wegnehmen wenn dir dieser hauchenverlierer so viel bedeutet werdet ihr bald wieder vereint sein ok scheiße 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 ah fuck ja 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 Ah, Schwerfalschtaste. Nein, ich habe die Falschtaste gedrückt. Oh, ich drücke mal Viereck. Ich habe die Falschtaste gedrückt. Okay. Halb so schlimm, halb so schlimm, halb so schlimm, Freunde. Halb so schlimm. Beruhigt euch. Ich habe mich themativ durchatmen. Nein, Falschtaste. Oh Mann! Kreis! Nein, oh Mann! Nein, oh Mann! Nein, oh Mann! Ein Falschasten! Nein, Falschtaste! Mann! Jetzt kommen wieder Sachen her! Ich bin mit dir! Mann, schon wieder falsch! Das ist auch Mordetyp du doch nicht! Das sind so richtig behinderte Dreieck und Kreise sind echt dumm! Das könnte etwas wie tun! Oh Mann! Komm schon, Digge! Komm schon, Digge! Komm schon, Digge! Nein! 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 Falschtaste! Falschtaste! Nein! Falschtaste! Nein! Oh Mann! Regeneriere dich bitte! Nein! Alter, Freunde! Ich muss meine Hand ausruhen! Oh Mann! Scheiße! Ich hasse Bosskämpfe, ne? Muss ich euch ehrlich sagen! Meine Fresse! Mir tut mein Finger schon weh! Nein, nein! 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 Nein, schon wieder die falsche, verfluchte... Nein, schon wieder die falsche, verfluchte... Tür nicht zu! Nein, bitte nicht! Alter! Was ist denn hier los, liebe Freunde? Oh Gott. Schon wieder die Fallstaatze. Ich krieg die Krise mit Dreieck und Kreis. Was? Ich weiß nicht, was hier los ist. Mein Gott! Ja, klar, Alter! Läuft bei dir, oder was, Junge? Das ist der nächste Dreieck, von dem man so viel hört. Ist ja gut, ist ja gut. Wir sind der Werte. Ich will jetzt meinen Bruder und dann gehen wir. Wenn du bleiben und mit dem Chef erbrennen willst, gern. Du hast mich. Weißt du was, Nate? Hinter all dieser Angeberreihe steckt nur ein trauriger kleiner Junge mit ernsthaften Größenwahn. Und der kann nicht mal ordentlich fechten. Mach's gut, Nate. Nathan! Ich hasse QuickTime Events! Du weißt einfach nicht, weil man aufgibt, hm? Das ist... Ich hasse QuickTime Events. Ich hab dir ein Ding noch mal an. Ich bin echt gerade hier für ein bisschen, ich will auch mal die Tränen über die Sieg. Oh, Mann. Dreieck. Kreis. Dreieck. Kre... Dreieck. Dreieck. Dreieck! Ich will nichts zu schütteln. Ich habe... schon immer alles auf einem... verdoppelten Silbertablett... serviert bekommen. Alles! Bisschen! Das! Das hab ich mir verdient. Das alles. Du willst den Schatz, Rafe? Er gehört dir. Ich versuch's. Es ist zu schwer. Versuch's nochmal. Es ist zwecklos. Es ist zwecklos. Versuch's. Es ist zwecklos. Es ist zwecklos. Es ist zwecklos. Verdammt! Hör mir zu. Hör mir zu. Alles, was ich je wollte, war mit dir diesen Schatz zu finden. Hey, Sander, wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft, Brüderchen. Okay? Alles ist gut. Nein. Nein. Es muss einen Weg geben. Nathan, du musst sie weg. Was muss ich sagen? Du musst sie weg. Du musst sie weg. Komm schon, Nathan. Ich muss wissen, dass du's geschafft hast. Nathan, der ganze Land fliegt gleich in die Luft. Was ist denn? Was ist es? Was willst du denn? Vertraue mir. Halt den Kopf und... Du bist absolut verrückt, man! Das ist der Richtige. Das sagt der Richtige. Kass. Komm. 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 Das ist unser Ausgang. Nahrung! Alter! Holy shit, Freunde! Oh, Scheiße! Ach du Kacke. Schaffen wir das? Ach du Kacke. Nicht anhalten! Komm schon! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Oh, Nate! Nate! Hey! Komm! Komm, komm. Hier! Ah! Bist du okay? Ah! Hey! Hey! Ah! Ah! Hey, Sully, ich hab sie! Wo seid ihr? Gleich hier! Ja. Und, hast du alles? Ja, glaub schon. Du kannst alles verkaufen, was ich zurücklasse. Soll ich euch wirklich mich heimbringen? Nach den letzten Tagen ziehe ich ein Flugzeug mit Bordservice und bequemen Sitzen vor. Außerdem müssen wir beide über einiges reden. Ja, müsst ihr. Und keine nächtlichen Anrufe mehr, von wegen, ein letztes Mal. Geht klar. Danke, Sully. Alles Gute, Junge. Lass von dir hören. Wenn du wieder in der Stadt bist, gebe ich einen aus. Da werde ich dran erinnern. Dann haut der Hase einfach ab und hinterlässt kleine Hasenüberraschungen überall auf dem Bett des Direktors. Hey, 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 hey. Was erzählst du ihr? Er erzählt mir von deiner Magie-Phase. Oh, ich hasse dich. Wie war dein Künstlername? Los, sag's ihr. Der große Nate. Das ist nicht witzig. Der Name ist toll. Zu seiner Verteidigung, Herr Wagen. Du warst ziemlich gut. Hör zu, Sam. Es war interessant, dich kennenzulernen. Mit Handschlag? Also... Wir machen das wie gute Freunde. Pass mir gut auf diesen Spinner auf, okay? Ja, mach ich. Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht. Das ist nett, aber. Nein, danke. Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, das bist du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Stattdessen habe ich... ...irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird, am Ende... ...berstehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Aber manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja. Ich schätze, da bin ich noch nicht. Außerdem hast du mir ein paar alte Städte voraus. Ich muss noch was aufholen. Es sind noch welche übrig. Gut, danke. Oh, äh... Unser Taxi ist da. Ja. Ja. Wir haben's weit gebracht. Haben wir, kleiner Bruder. Komm her. Und mach nichts, was ich nicht tun würde, okay? Hau schon ab. Zieh Leine. Lasse Feuer. Ja. Und? Victor? Was steht jetzt an? Hm. Also, bevor ich hier reingezogen wurde... ...hab ich an einer Art... ...Geschäft gearbeitet. Geschäft? Hm. Gefährlich? Äh... Mit den Leuten ja. Könnte sein. Also, ich kenn da jemanden, der gerade aus dem Gefängnis kommt... ...und perfekt für so ein Geschäft geeignet wäre. Ich weiß nicht. Ist er zuverlässig? Mehr oder weniger. Keiner Portugiesisch? Hm. Quando sei um Marido voltar para casa? Was heißt das? Wann kommt dein Mann nach Hause? Das genickt. Na los. Hast du noch mehr von den Zigarren? Übertreib's nicht. Hey, guten Morgen. Das ist er wirklich. Das ist er wirklich. Okay, ich spiel mit. Was ist los? Einen großen Job an Land gezogen? Oh, sogar noch besser. Ich bin kurz davor, Jameson Marine zu verkaufen. Echt jetzt? Ja. Wow, da... Tja, hey, ich schätze, da sind Glückwünsche angebracht, ne? Oh, noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es klappt. Die haben hart verhandelt. Aber am Schluss konnten wir beide Seiten zufriedenstellen. Na, das ist toll. Bleibst du weiter dabei? Nein, 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 nein. Ich glaube, ich brauch mal Ruhe. Zeit für die Familie. Und ich will mal wieder fischen gehen. Freut mich. Und wer ist der Trottel, der den Laden kauft? Oh, äh, du. Was? Ja, komm, schon ernsthaft. Ja, und auch ernsthaft. Warte, Jameson? Hey, wa... Warte mal, Mann! Hey. Morgen, Jungs. Was machst du denn hier? Ich wollte mich nur ein... letztes Mal umsehen. Die Schlüssel hat jemand schon. Okay. Perfekt. Euer Ernst? Nee. Okay, ich sag dir was. Das wäre eine sehr kluge Investition. Du, das Richtige. Rufen Sie mich an? Wird gemacht. Hi. Hi. Du... Du kaufst Jameson Marine? Wir kaufen Jameson Marine. Oh. Okay. Wie? Wieso? Tja. Es gibt da Gerüchte über einen Bergungsjob vor der Küste von Malaysia. Und ich dachte, das wäre genau unser Ding. Nein, Schatz, hör zu. Wir sind nur um ein Haar aus Libertalia entkommen. Ja. Hey, einen illegalen Job annehmen? Du weißt, wohin das führt. Wer sagt denn was von illegal? Ach. Hier. Das kam heute Morgen. Ist das echt? Ja. Ein paar meiner alten Kontakte haben das mit der malaysischen Genehmigungsbehörde geregelt. Es war toll. Ich musste nicht mal jemanden bestechen. Na, das ist gut, denn ich habe keinen Schimmer, wie wir uns das überhaupt leisten könnten. Hier. Halt mal die Hand auf. Hä? Halt mal die Hand auf. Mach schon. Heilige Scheiße. Wo hast du die her? Die war in meiner Jackentasche. Zusammen mit ein paar anderen. Ein paar? Sam. Er ist ganz schön raffiniert. Ja. Natürlich werden die meisten davon für unser Geschäft hier drauf gehen. Und für die neue Kameraausrüstung. Kamera? Hä? Ja. Weißt du, ich dachte, wenn wir die Fracht aus dem Brack bergen, könnten wir doch ein kleines Team anheuern, die ganze Sache filmen und meine alte Show wieder aufnehmen. Was ist denn aus unserem einfachen Leben geworden? Ich glaube, beim Versuch, ein einfaches Leben zu führen, haben wir es vielleicht übertrieben. Hör mal. Damals auf dieser Insel habe ich das Abenteuer vermisst. Ich habe uns vermisst. Und jetzt haben wir die Chance zu tun, was wir lieben. Aber von jetzt an läuft alles nur noch hundertprozentig legal. Okay, und schießen werde nur noch ich. Mit meiner superteuren Kamera. Wow. Du hast das wirklich genau durchdacht. Mehr oder weniger. Aber hör zu. Ein Wort von dir und ich blase die ganze Sache ab. Was? Nein, 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 nein. Ich will Jamison nicht den vorzeitigen Ruhestand versauen. Das wäre grausam. Genau. Das wird nicht einfach. Das ist es doch nie. Also. Was sagst du, Nathan Drake? Klar, wieso nicht. Solange ich kein Papierkram erledigen muss. Na, ich kann's auch nicht. Ich werde voll auf mit der Kamera beschäftigt sein. Na, und ich voll auf mit dem Tauchen. Okay. Schön, wir wechseln uns ab. Ja. Oder wir könnten darum spielen. Echt jetzt? Nein, hör zu. Ich habe geübt. Ich bin echt gut. Meine Augenkoordination ist viel besser. Ich kann dir das nicht nochmal antun. Hast du etwa Angst? Da liegst du ja sowas vor der Leben. Wie viel Angst hast du? Ungefähr drei. Ja, übersetzt heißt das so ungefähr elf. Elf. Okay, denn. Ich krieg dich. Ach ja? Ja. Oh je. Das. Okay. Schön. Bin dabei. Oh je, Mini. Freunde. Oh je, Mini. Freunde. Geil. Noch zum Abschluss. Ich weiß ja nicht mehr, wie springbar. Okay, Sprung. 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 Oh, war. Wheelie. Okay, komm. Wir müssen uns jetzt anstrengen, weil wir ja mittendrin ja übel zerkargt haben. So. Nein, zu früh. Ui. Oh, oh. Oh, oh. Liegen gelassen. Junge, Junge, Junge. Alter. Okay. Ok 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 Oh Nein Oh man so sprung kastisch hier ist doch mal die äpfel bitte oh je mini nein 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 Wo bleiben die? Epilog. Ähm, okay, Freunde. So gut. Nächsten Folge. Also bis dahin. Ciao mit V. Tschüss.